Prinz William, liebe Prinz Harry, immer noch, sei aber bereit, ihre Fäde hinter sich zu lassen und sich auf seine eigene Familie und Zukunft zu konzentrieren, behauptete ein königlicher Experte. Prinz William sehe keinen Ausweg. Aus dem anhaltenden Streit mit seinem jüngeren Bruder Prinz Harry, behauptete königliche Kommentatorin Jenny Bond. Der Prinz von Wales hat sich praktisch vom Herzog von Sussex entfremdet, seit er 2020 das Vereinigte Königreich verließ, um mit seiner Frau Meghan Markle und ihrem Sohn Prinz Archie Harrison sein neues Leben außerhalb des Vereinigten Königreichs zu beginnen. Seitdem sind die Brüder bei besonderen Familienanlässen wie dem Platin-Jubiläum der verstorbenen Königin und ihrer Beerdigung im letzten Jahr kurzzeitig wieder vereint. Es wird jedoch angenommen, dass die Kommunikation dazwischen kaum stattgefunden hat. Jenny Bond argumentierte, dass es unwahrscheinlich sei, dass William Tränen vergießt, wenn er daran denkt, dass Harry Weihnachten mit seiner Familie erneut verpassen wird, nachdem er ihre Fäde hinter sich gelassen hat. Bond sagte, ich glaube nicht, dass William darüber eine Träne vergießen wird. Tief in seinem Inneren bin ich mir sicher, dass er Harry immer noch liebt, aber ich glaube nicht, dass er einen Ausweg aus der Kluft sieht, die sich zwischen ihnen aufgetan hat. Punkt 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 Punkt